Ja, kommen sie, kommen sie. Wir wollen einmal hier ausprobieren, ein bisschen machen, äh, Schleudersitz testen und ich mache heute mit ihnen den ultimativen Test, weil wenn ich diese Teste nicht mit euch mache, dann diese nicht gut. Okay, haben sie verstanden? Sie haben verstanden, oder? Okay. Okay, zuallererst, sie kommen hierhin, ja, sie gucken sich Jet an, sie haben Jet angeguckt, okay, Schritt 2, ich setze mich hierhin, sage sich Reizverkehr beginnen, machen wir Test, wir machen Test, sie sind bereit, sie sind bereit, okay, alles klar. Okay, Schritt 3, sie gehen zur Leiter und klettern gleich hoch, okay, genauso, ja, genauso und nicht anders, Schritt 4, sie setzen sich rein, Schritt 5, sie genießen den Ausflug, haben sie Spaß, okay, Schritt 6, ja, es gibt keinen Schritt 6, bis zum nächsten Mal, tschüss, ach genau, Schritt 7, sie ziehen den Schleudersitz, okay, okay, bis zum nächsten Mal, wir hören sie uns wieder. Schritt 8, gute Nacht, bye bye, have a great time.